Vielleicht machen wir heute ein paar weniger Folgen. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, du wirst mich leider nicht so gut. Was? Ja, ganz genau. Was? Ich hab... Ich sag, vielleicht machen wir heute ein paar weniger Folgen. Ich glaub, du hörst mich nicht so gut. Weiß nicht, das ist wie, als wenn ich auf dem rechten Ohr taub wäre. Herzlich willkommen zurück zu Horror Watch mit Korobai. Herzlich willkommen. Und wenn ihr hoffentlich auf beiden Seiten hört, ich höre nämlich nur links. Gucken wir mal. Und, äh, Daumen nach oben da lassen. Gleich an dieser Stelle schon mal, ne? Hat letztes Mal, als wir das gesagt haben, so gut funktioniert. Deswegen macht ihr es jetzt auch einfach nochmal. Hat es, hat es das? Ja, bei der Folge heute. Hat das schon funktioniert? Bei dir hat das schon Früchte getragen. Bei mir hat es schon Früchte getragen. Und das finde ich gut. Und das finde ich, kann man ruhig weitermachen. Oh, ich bin runtergefallen. Halt dich. Das hat schon Früchte getragen. Früchte getragen. Früchte getragen. Es ist alles so ein bisschen, ein bisschen laut auf meinen Ohren gerade. Ich muss ein bisschen... Muss ich gleich mal ändern. Das war, weil ich dich leiser gestellt habe. Bei den letzten Videos warst du immer sehr laut. War ich laut? Ja, und jetzt bist du sehr leise. Oh nein, ich bin... Oh, Ash ist mega low. Mega low. Da ist du, bist du da. Held mich mal bitte. Oder bist du da? Da. Oh, ich bin tot. Dunf ist es low. Jetzt kann ich nicht alleine. Ich bin heute Morgen in Holland. Heute Morgen warst du in Holland. Deswegen hast du nicht geantwortet oder was? Ja, ich war auf dem Auto fahren. Da kann ich dir schlecht antworten. Wie lange fährst du Auto? Äh, ich war... Sie sind heute Morgen um 10 los und sind vorhin um 4 zu Hause gewesen. Und da kannst du nicht antworten? Man, man, ich war enttäuscht. Ich dachte, du liebst mich nicht mehr. Weißt du, du schnüftest mich gerade dazu an, während des... Während des Auto... Dein Witz ist nicht mehr so geil jetzt. Das ist... Vor allem ich so. Ich höre ihn, gehe wieder in die andere Richtung und du so, oh, was ist denn da? Und gehst weiter. Ja. Und klebst an der Wand. Und ich dachte so, hat er mir hart die Fresse verliert, ey. Aber ich bin nicht hart. Irgendwie nicht geboxt, Alter. Die schieben mich, ne? Die jagen euch, Alter. Und die Palos steht hier alleine. Also Mercy und ich, wir... Wir haben hier überlebt in meiner Ulti. Nicht Ulti, hier in meinem... Karton. Rufus, macht uns fertig. Wir müssen irgendwas machen. Dann bleib doch hier, Wrecking Ball. Hat McRish und seine Ulti? Nice. Wohin? Komma. Gämmen, die sind wir uns. Nice, meine Ulti war richtig schlecht platziert. Nice. No, fuck. I'm out. Boah, der, der Bob da drin ist mega nervig. Heute nehmen wir auch nicht mal abends auf, sondern heute nehmen wir mal tagsüber auf. Und Nephi hat ja Ferien. Ja, komplett andere Location. Tut komplett andere Gegner. Kennen wir sonst gar nicht. Die Art von Gegner. Bin auch noch gar nicht so drin. Oh, die Arme hat so fast gegnern. Oh, die ist bei jedem so lieber. Nice. Oh, der Mechel. Oh, der Mechel. Oh, der Mechel ist richtig low. Mein Gott. Die zerstören die aber aus. Jetzt werden die richtig zerstört. Mein Gott. Mein Gott, der McRee. Was macht der denn? McRee geht ab. Alles, das ist sehr faszinierend. Nice. Mein Handyanbieter hat mir gerade ein SMS geschrieben. Wir möchten dich kurz darauf aufmerksam machen, dass du jetzt doppelt so viele Daten hast wie vorher. Jetzt habe ich 80 Gigabyte. Verbrauche ich nie. 80, 80 Gigabyte habe ich jetzt auf dem Handy. 80? Ja, 80. Und vorüber meine 14, nice. Nein, 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 nein. Vielleicht machen wir heute ein paar weniger Folgen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, du hörst mich leider nicht so gut. Was? Ja, ganz genau. Was? Ich sage, vielleicht machen wir heute ein paar weniger Folgen. Ich glaube, du hörst mich nicht so gut. Ich weiß nicht, das ist wie, als wenn ich auf dem rechten Ohr taub wäre. Ja. Müssen wir gleich mal erzählen, wie viele Folgen wir brauchen. Mein Gott, was machen wir? Oh, da ist eine Will oben. Oh, jetzt, jetzt schieben die aber. Jetzt hat der Doomfist keinen Bock mehr, sagt er. Als will er die killen. Jetzt macht er die fertig. I'm out. Fuck this shit, I'm out. Ich kann mir die zweiten Kopfhörer auch auf den Kopf setzen, aber andersrum. Kannst du auch einfach diese ganzen, was weiß ich, iPhone-Kopfhörer oder so in die Ohren stecken und Discord darauf laufen lassen. Aber du kannst die nicht doppelt aufhaben. Doch, kannst du. Also, ne, aufhaben ist natürlich ungemütlich, aber das geht. Aber die sind, dann kannst du blöd spielen. Das wollen wir doch auch nicht. Blöd, schmieren, blöd, schmieren. Alles fürs Video. Alles für die Clicks. Mach ich Webcam an und dann Overwatch-Player with two Headphones. Unstoppable. Oh, bist du verreckt. Oh! Oh, die Widow ist oben auf dem Dach. Ach da. Wir haben sie. Oh, da hat McCree sich hart abschnesseln lassen. Von Genji. Da hat er Reflected und McCree schön Headshot. Da, hier. Oh, ne! Wo kommt der Drache? Ah, der Drache ist viel zu hoch. Ja. Äh, Reaper hat sich hochtelefoniert. Ich versuch dich zu fliegen. Meteor Strike. Kommt direkt runter bei mir. Tja. Machst du nix, machst du nix. Oh, Reaper ist immer noch hinter uns. Jetzt hab ich ihn. Tracer macht grad ganz schön Spaß, weil sie nicht damit klarkommen. Maybe I'll be Tracer. Maybe I'll be Widowmaker. Tschüss. Das ist mir leider entgegen. Die haben jetzt auch ne Tracer. Klassik-Kontor-Tracer. Ah, Reaper ist in dem hier. Oh, jetzt hat er mein Ding kaputt gemacht? Ja, das ist ja blöd. Da hat er meine, mein Unbesterblichkeit, mein Unbesterblichkeit, mein Unsterblichkeitsding kaputt gemacht. Der Arsch. Der Arsch. Der Arsch. Der Reaper-Arsch. Overtime. Oh, die haben wir nicht. GG, Freunde. GG. 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 Wollte ich sagen. Wollte ich sagen. Oh, gut Team-Mate. Das war beim zweiten Punkt, als er uns alle einmal so rasiert hat, glaube ich. Als er schön durchgeschnetzelt ist hier. Mein Gott. Damn. Es war einmal ein Hamster. Ja, Mensch. Heute machen wir dann mal ne kurze Folge, damit wir dann nochmal gucken können, wie viele Folgen wir noch brauchen. Ja, komm, du, die Gespräche sind ja nicht da, Nifi. Tut mir leid. Du hörst mich halt nicht. Ich hör dich. Aber schlecht. Ich hab mich grad nur sehr konzentriert als Tracer. Das glaub ich nicht. Ja. Na gut, dann hängen wir doch noch ne runter an. Müssen wir jetzt auch suchen. Das ist ja blöd. Das ist ja blöd. Das ist ja blöd jetzt. Aber gut. Dann hängen wir noch ne runter an. Ich mach dich im Discord leiser. Und hier lauter. Du kannst mich auf deine... Jetzt soll ich dich tausendmal besser. ...auf deine Lautsprecher machen. Nur dich. Nur mich. Oh, das wär schön. Und dann machst du... Das ist ja nicht... Wie kannst du das denn rausfiltern? Aus deiner eigenen Tonspur. Das ist schwer, glaube ich. Ja, wieso? Durch die Boxen kommt dieses Mikro ja gar nichts. Ne? Ne, weil ich dir ja... Neues Geld davor... Ja, dann! Machst du mich auf die Boxen. Mach mich auf die Boxen, Bitch. Mach mich auf die Boxen, Bitch. Kinder kauf nie billig Kabel, Sag 0111. Hast du billige Kabel gekauft? Ne, eigentlich nicht. Vielleicht hab ich Glück und hab so ein Kabel noch. Die klassischen Billish-Kabel? Nee, eigentlich nicht. Oh, jetzt haben wir auch noch einen Torbjörn. Das nur, weil ich Tracer spiele hier. Weil ich Bastion spiele, bestimmt. Aber kommt die wohl? Ich freu mich schon drauf. Ich weiß auch nicht, wann die kommen. Wahrscheinlich, wenn links kommt Sigma. Ja, aber ich dachte, es kommt auf Sigma jetzt schon. Ich dachte ja, nach dem Event kommen alle. Ach, als ob der so schnell kommt. Jeff hat gesagt, Sigma kommt sehr schnell auch auf die Konsole. Und wenn's auf die Konsole kommt, dann muss es auf die normalen Server kommen. Nur auf Konsole, aber nicht auf dem Rechten. Keine Ahnung, hat Jeff gesagt. Ich hab ihm geglaubt. Ich hab ihm geglaubt. So ein Oriza-Schild ist als Beste natürlich... Geht durch wie Butter, ne? Und so ein Roadhog, der frisst auch wie Butter. Wie Butter, hier Oriza ist hier links. Ich geh schon mal runter. Ah, er hat mich. Links ist Mara. Nicht auf die Genji schießen! Genji springt um dich rum. Kann ich halten! Da! Ab Genji! Sehr gut! Mach das Schild weg! Oh oh, jetzt solltest du gehen! Ja, ich wurde gehooked! Wär ich nicht gehooked worden? Wär ich nicht gehooked worden? Wär ich nicht gehooked worden, hätte ich da vielleicht ne Chance gehabt. Gehooked? Ich hab viel Damage gemacht da drin. Oh. Ich hab einen Goldkill. Ich auch. Aber ich hab auch Gold Damage. Das hast du nicht. Oh fuck Genji! Links. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Oh, die war immer richtig. Hey, das Gotta Hate! ich habe mich dann auch gemacht wie kann die so viel überleben wir waren heute ja in fenlo ist so naja wenn der morgens fährt es ist alles voller deutsche das ganze parkhaus war komplett mit deutschland das ist halt echt heftig ist das deutsche land fenlo ist fast wenn du so will nur von deutschen besuch ich glaube ohne deutsche würden würde dieses land entsteht und rat da rein oder so ohne die deutschen würde ist in holland glaube ich kein finanz da wird kein geld fließen dann ich glaube ohne die deutschen fliegt da nichts weiß ich nicht das wasser über die deiche der fenlo ist ja kein mehr und holland ist auch niedrig ist das nicht egal weil holland würde total untergehen das stimmt auch also auch fenlo ich glaube fenlo aber zuletzt weil fenlo ist ja wirklich bei uns grenze dänemark würde aber auch untergehen das nur bei der way für die helder da draußen die sagen oder meine freundin laufen schenkt dann gibt es hier berge deiner freundin wenn sie fahrrad fährt gibt es ja berge wahrscheinlich gibt es hier berge aber ich verstehe das ja auch berge sind halt schon anstrengend berge sind schon hügel sich anstrengend ich habe den allen schaden gemacht aber niemanden gekillt und jetzt kommt auch noch hier so eine blöde schon wieder das schaffe ich habe versucht ich kann nicht so schnell aus dem tor mode rausgehen und laufen weil du hansu hörst wegrennen habe ich hast du gesagt und dann war der drachend er war ja direkt daneben wenn ich an so also anna wird jetzt hier hinten sterben ne und chuckle auch das war schon mal klar dass er nicht rum du dahin gehst kill kill und ja oh risa hat die rollt wieder eingestellt hahnu ja jetzt so fast ein kill gekriegt das gold kitz gehabt ist immer nach gold kippt mehr jetzt silber na mensch hast du ja gerade sich kurz gold komm marien er ist low er macht sein ulti er soll aber er hat mich gemacht er macht mich auch ich bin zu greedy ok jetzt ist er tot warum ist bei mir nicht rot und bei dir ist rot weil er mich mit dem headshot getroffen hat ach so das ach ja stimmt so war das ja die ulti kann ich kann den drachen speck und wie schmeckt er gut mora ist low die war jank die doch die weile wieder hoch gehen achtung hat die war weggefressen kommt zurück zu mir kommt zu mir kommt zu mir kommt zu mir ich war gesliebt und alles hat auf mich rauf gehauen krasse story krasse story ich hab nicht mehr gold kills ich hab sie hast du elf ja da mach mal was kipp mal jetzt das liebt mich eiskalt kommt um die ecke machten von alien ich hab noch gemacht jetzt für die payload jetzt 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 ist schloss jetzt geht keiner hin das war es gg ah widow hätte mich fast nur gekriegt aber ich sie auch schad drum schad drum aber gold kills gold damage und silberheilung aber ich habe silber silber und bronzeheilung dafür habe ich gold objective kills da hat er den nephias gemacht und dann auch nochmal zwei hier ich glaube auch gut in diesem sinne würde ich jetzt aber wirklich sagen vielen dank fürs zu sehen bis dann tschö